Hallihallo und herzlich willkommen wieder bei Resident Evil Und zwar sind wir hier im letzten Pass schön geblieben Und beim Rätsel hier Und zwar habe ich das hier herausgefunden Es ist einfach ganz einfach Wenn man jetzt den Darm ansieht Also nein Also voriges mal wenn man den Darm ansieht Einfach deshalb Hier zum Beispiel Und wenn man jetzt die Rückenbilder auf der Wand erstellt Dann muss man das nur alphabetisch ordnen Zum Beispiel Und der Code dann lautet Der Code dann CELL Also C E L L Ist der Code dann So wir gehen mal weiter Das brauche ich jetzt nicht machen Weil ich habe voriges Mal nicht gespeichert So Und zwar die Rebecca Die Rebecca ist leider tot Weil wir sie nicht gerettet haben Wo sie geschrien hat Die wurde von einem Hunter zerfleischt Ja Ich habe schon mal nachlesen Wo man die finden Und die war ganz in der Nähe Aber leider haben wir sie nicht gefunden Dann ja Dann haben sie halt geschlafen Also die Rebecca ist los So Das tut mir aber wirklich leid Naja Irgendwie Für sie Ja ich kann auch nicht den Held hier spielen Von daher Die Tür ist hier schon Spannend Spannend Komm her rein Ja hier Komm her rein Ich bin Magen und Geschosser Das wollen wir Brauchen wir Meine Teil der Reihe liegt auf dem Urteil Ja hier ist was passiert Was wirklich Oh mein Gott da ist alles mit so Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020